Der Achtsamkeitshilfenmarkt Boom für Kinder, Affirmationskarten, Achtsamkeitsübungen, Dankbarkeitsjournals und auch das Thema Dankbarkeit ist immer präsenter bei uns heutzutage, weil wir merken, dass wir in dieser schnelllebigen Welt einfach nicht wirklich schaffen abzuschalten. Und ja, dazu gibt es jetzt auch einen Markt und ich habe mich gefragt, wie ist das eigentlich, wie sinnvoll sind solche Übungen, habe da ein bisschen zu recherchiert. Auch ich wollte mehr Dankbarkeit in unsere Familie integrieren und habe deswegen ein neues Dankbarkeitsritual eingeführt, vor fast einem Monat mittlerweile. Und in dieser Folge erfährst du, was es eigentlich jetzt längerfristig für Auswirkungen hat, was meine Gedanken dazu sind, wie ist eigentlich die Studienlage, wenn es um Achtsamkeitsübungen bei Kindern geht und ja, hör einfach rein und vielleicht ist was für dich dabei. Ich bin Anja, schön, dass du wieder da bist bei Bewusst mit Herz. Zunächst einmal möchte ich dir sagen, ich habe ein paar Podcast-Folgen darüber, was Dankbarkeit mit den Kindern macht, weil ursprünglich habe ich angefangen, mich mit dem Thema Dankbarkeit auseinanderzusetzen, weil in einer Gesellschaft, in der wir alles kaufen können, weil es einfach extrem billig produziert wird, ist es irgendwie schwierig, dem Kind, habe ich das Gefühl, das Gefühl von Dankbarkeit zu vermitteln. Wenn etwas kaputt geht, wird es einfach neu gekauft oder ersetzt und so weiter und so fort. Ich habe das Gefühl, es wird viel mehr erwartet auch und nicht mehr so gewertschätzt wie früher teilweise. Ist natürlich nicht für alle so, aber mir ist es extrem wichtig, dass meine Kinder eine gewisse Art der Wertschätzung gegenüber Sachen lernen. Und wir selbst, also ich selbst, habe polnischen Immigrationshintergrund von meinen Eltern und wir sind, ich sage jetzt mal, relativ arm groß geworden und meine Eltern sind nach Deutschland gekommen, damit wir hier ein besseres Leben haben. Ich hatte eine Barbie, eine Puppe, noch eine Puppe irgendwann zu Weihnachten bekommen, aber es war halt irgendwie so, man wusste das, was man hatte, so sehr, sehr, sehr zu schätzen und ich kann es gar nicht vergleichen mit dem, was meine Kinder jetzt haben, also gar nicht. Und dementsprechend habe ich mir überlegt, okay, ich möchte, dass meine Kinder von diesem, teilweise, wenn sie sagen, ich will was Neues, ich will was Neues, von diesem Mangelbewusstsein in dieses Füllebewusstsein kommen, was kann ich da tun und habe dann angefangen, Übungen in unseren Alltag zu integrieren. Die Übung geht wie folgt, jedes Mal, wenn wir essen, machen wir eigentlich sowas wie piep, piep, piep. Wir machen das nicht immer, manche beten vielleicht, ich weiß nicht, betet ihr? Ist das noch in? Wir machen halt dieses piep, piep, haben uns alle lieb, jeder ist so viel erkannt und ich sei neben Mann und wir nehmen das Ganze genau und ich sei neben Frau. Auf jeden Fall und dann, bevor wir essen, sagen wir noch, wofür wir dankbar sind. Und am Anfang, die ersten Male, war das wirklich so, dass das schwer war. Also mein Sohn ist fünf und mein zweiter Sohn ist drei. Wir haben das nach zwei Tagen richtig gut gekonnt. Und je nach Lebenssituation ist es auch für uns Erwachsene sehr schwer, dankbar zu sein. Gerade wenn wir vielleicht einen Verlust erlitten haben oder wir eine Tragödie mitbekommen oder selbst dieser Weltschmerz auf uns lastet, dann fühlen wir uns manchmal eher schlecht als gut. Anstatt dankbar zu sein, gehen wir in diesen Mangel oder fühlen uns schlecht und bekommen ein schlechtes Gewissen, dass wir so privilegiert leben dürfen. Und Dankbarkeit ist da auch eine Hilfe auch für uns Erwachsene. Was ich aber insgesamt sagen möchte, also was ist das Resultat? Wir machen das mit dieser Dankbarkeit jetzt seit über einem Monat und es hat sich herausgestellt, dass wir das auch manchmal vor dem Schlafengehen machen, statt beim gemeinsamen Essen, weil wir zum Beispiel im Urlaub waren. Und im Urlaub, wenn da alle anderen sind, haben wir das einfach nicht gemacht, sondern erst abends im Bett. Also nach zwei Tagen fing es schon so an, dass die Kinder wirklich, also aus ihnen ist es geflossen. Während ich, wenn der Weltschmerz und der Verlust gerade auf mir hatte, manchmal einfach nur, ich bin dankbar, dass wir hier zusammen sitzen, dass ich atme, also mir wirklich solche Sachen überlegen musste, kamen meine Kinder mit. Ich bin dankbar, dass wir das gemacht haben. Ich bin dankbar, dass wir hier sitzen. Mein Sohn hat gesagt, ich bin dankbar, dass unsere Mama uns dieses leckere Mahl zubereitet hat. Und da dachte ich mir so, boah, wie formuliert er das? Wunderschön. So wunderschöne Sätze. Unsere Kinder sind so schlau. Die lernen Dankbarkeit so schnell. Und auch nach ein paar Tagen kamen keine Wünsche mehr. Es wurde nichts mehr gefragt. Es wurde verstanden, dass wir dankbar sein sollten für das, was wir haben. Anstatt also seinem Kind vielleicht zu sagen, das ist nur ein Vorschlag, das sind ja nur Gedanken, das ist ja nur eine Idee, etwas, was wir halt umsetzen. Anstatt zu sagen, du musst dankbar sein für das, was du hast, probier es mal mit denen zusammen. Also das funktioniert echt gut. Bei mir ist es so gewesen, dass ich halt auch jetzt so mit dem Winterblues und dem ganzen, dem, was bei mir privat alles gewesen ist im letzten Jahr, ein paar schwere Tage hatte. Und im Urlaub, als wir dann alle im Bett lagen und meine Kinder gesagt haben, wofür sie dankbar sind. Mein Mann gesagt hat, wofür er dankbar ist. Und ich war eigentlich in einem voll absoluten Tief mental. Ich spürte Dankbarkeit. Ich habe es richtig gespürt. Und deswegen glaube ich, ist es echt sinnvoll, solche Übungen zu machen. Aber dann habe ich angefangen, mich auch schlau zu machen, weil Dankbarkeitsübungen sind auch Achtsamkeitsübungen, eine Art Achtsamkeit. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren. Und es ist so, Kinder schaffen es von Natur aus, in Achtsamkeitszustände zu gelangen. Da, wo wir dann auch dankbar sein können. Also Kinder, die vertiefen sich ins Spiel, die sind nicht distracted von 10.000 Millionen elektrischen Geräten und all sowas. Und wir Erwachsene, wir verlernen das mit der Zeit. Also das ist auch schon im Jugendalter, aber mit der Zeit verlernt man das. Und es geht darum, es wieder zu erlernen. Entschuldigung. Moment. Während die einen sagen, Achtsamkeit ist etwas, das Kinder grundsätzlich können, ist es, sagt Claudia Calvano, Psychotherapeutin und Psychologin an der Freien Universität in Berlin, dass Achtsamkeit etwas ist, das man erlernen muss, dass es etwas ist, das man regelmäßig praktizieren muss und wofür man bereit sein sollte. Das heißt, dass man ein Kind zum Beispiel damit auch überfordern kann. Ich muss sagen, mit der Dankbarkeit funktioniert bei uns sehr gut. Die Frage ist, brauchen Kinder das mit der Achtsamkeit, wenn sie doch auf der anderen Seite Achtsamkeit irgendwie so ein bisschen in sich haben? Dieser Markt boomt trotzdem, ne? Also das ist krass. Es boomt, glaube ich, auch, weil wir Erwachsene vielleicht gar nicht sehen, welche Notwendigkeit wir bei uns selbst darin sehen. Und dass wir uns das für unsere Kinder vielleicht auch einfach wünschen. Außerdem sagt die Psychotherapeutin, dass es eben ein gutes Tool ist, um die Resilienz von Kindern zu stärken. Falls du nicht weißt, was Resilienz ist, also ich lege mein Leben, also meine Mutter schafft tatsächlich sehr stark darauf aus, von Geburt an die Resilienz meiner Kinder zu stärken. Das ist die Widerstandsfähigkeit, weil das kann man tatsächlich in jungen Jahren sehr stark beeinflussen, in den ersten drei Jahren. Ich habe dazu ein Buch gelesen. Also Resilienz nur so als Beispiel. Also es gibt Menschen, die können 500 Mal sich selbstständig machen und jedes Mal ein Unternehmen an die Wand fahren. Und trotzdem stehen sie einfach wieder auf. Und es gibt andere Menschen, die einen Schicksalsschlag erleiden, eine Sache und sie schaffen es nicht, wieder aufzustehen. Und je widerstandsfähiger wir sind, desto eher schaffen wir es uns, wieder und wieder aufzustehen. Und das hat auch was mit Selbstwirksamkeit zu tun. Habe ich einen Einfluss auf die Welt? Kann ich etwas verändern? Also das ist ein ganz großes Spektrum. Wir können da gerne mehr drüber sprechen, wenn du möchtest. Dann schreib es mir unten rein. Und jetzt aber zurück zum Thema, zu dem anderen Thema. Ich habe mir die Studienlage dann auch angeschaut. Und laut der Studienanlage ist das so, also die ist einfach nicht groß. Also die Stichproben sind klein und es ist auch ziemlich schwierig, sowas zu testen, glaube ich. Aber ich möchte dir einmal kurz zusammenfassen, was mein Resümee aus meiner Recherche ist. Mein Resümee ist aus dem Ganzen, dass Dankbarkeits- und Achtsamkeitsübungen, solange sie nicht überfordern, nicht schaden. Ja, Punkt eins. Punkt zwei ist, die größten Auswirkungen, also auch laut diesen Studien, das ist ja die Zusammenfassung davon, die größte Auswirkung merkt man bei Menschen, die Schwierigkeiten haben, also bei den Kindern, die Schwierigkeiten haben. Da merkt man die größte Resonanz. Langfristig weiß man natürlich noch nicht, wie es ist, aber da merkt man, dass das wirklich was mit denen macht. Außerdem haben die Studien gezeigt, wenn man mit Achtsamkeitsübungen aufhört, und das würde nämlich dieser Psychologin auch entsprechen, der Frau Calvano, mit diesem Trainieren, hat der Effekt, also die Effekte, die sie messen konnten, auch nachgelassen. Das heißt, das ist etwas, das man wirklich tagtäglich langfristig integrieren muss und nicht bringt, es nur kurzfristig zu machen, wenn man Effekte davon ziehen möchte. Aber wie gesagt, richtig große Effekte konnte man nur bei Kindern und Menschen feststellen, die auch aus schwierigen Situationen kamen schon, also die etwas hatten, das sie belastet hat. Und ich fand, das passt ziemlich gut. Das heißt, wenn du voll fein bist mit deinem Leben, auch so Dankbarkeit spürst und so weiter, musst du dich nicht sozial oder gesellschaftlich unter Druck gesetzt fühlen. Auch solche Übungen zu machen, theoretisch und praktisch. Aber wenn du etwas hast, wie ich zum Beispiel, ich war in einem Loch und diese Dankbarkeitsübungen, die haben mir wirklich geholfen in dem Moment. Oder ich hatte das Gefühl, die Kinder fragen nach zu vielen Sachen und ich wollte, dass sie aufhören, zu viel zu fragen, weil Weihnachten und das und jenes, diese Konsumgesellschaft ist nun mal krass. Und es hatte eine Auswirkung. Ich konnte diese Auswirkung für mich erkennen, nicht wissenschaftlich nachgewiesen natürlich. Es hat mir persönlich gereicht. Das heißt, wenn du mal in einer Situation bist, wo du für dich selbst oder für deine Kinder das Gefühl hast, hey, wir könnten mehr Achtsamkeit oder mehr Dankbarkeit gebrauchen, dann fang das doch einfach an. Das schadet dir nicht. Und guck mal, wie es für dich ist. Fühl dich einfach nicht gedrängt, es machen zu müssen, wenn ihr nichts habt. Wobei ich finde, dieses Dankbarkeit, darüber zu sprechen, wofür man dankbar ist, ein unglaublich gutes Gefühl in dieser lauten Welt einmal für sich still oder mit der Familie zu überlegen, wofür bin ich dankbar.